Weiter geht's mit Command & Conquer 4 mit euer Jigatobi. Konnichiwa! Sieht gut aus. Hier, sehen Sie selbst. Wir haben nicht viel Zeit. Da Pascal ausfällt, werde ich den Turm selbst aktivieren. Und Sie, Sie müssen mich an anderer Stelle vertreten. Generalsekretärin Rios ist in der Leitung. Das ist Ihr Stichwort, Kane. Wo sind Sie gewesen? Colonel James hat geputscht und wir verlieren die Unterstützung der Öffentlichkeit. Die Leute laufen zu Gideon über. Kommen Sie aus Ihrem Versteck und reden Sie mit den Menschen. Und bringen Sie Ihren Laden in Ordnung. Okay. Mit der Ermordung Dr. Pascals hat Gideon den Bogen überspannt. Allerdings weiß er, dass wir kommen und bereitet vermutlich einen Hinterhalt vor. Aber wir haben unsere eigene Falle. Wir werden seinen Kommando-Crawler suchen und mit unseren Hackern auf seine Primärdatenbank zugreifen. Danach haben wir die Position seiner Basis und die Mittel, ihn zu vernichten. Das Blatt wendet sich. Offensive. Yeah. Wir versuchen den feindlichen Kommando-Crawler zu orten, aber wir mussten dazu unsere Waffensysteme abschalten. Geben Sie uns Schutz. Safe-Panzer. Oh, die sind so göttlich. Neues Bonus-Ziele halten. Neues Bonus-Ziele halten. Halt auf den richtigen Moment. Ausrücken. Fleischfahrt. Da ist. Rotes Tiberium. Ich hatte Recht an deiner Weisheit zu zweifeln. Bitte, welcher Prophet kommt zu seiner eigenen Hinrichtung bereitwillig? Cool bleiben. Alter, lass die mal Ruhe. Was sind das für Viecher hier gerade? Ja, wir haben unser Stealth-Panzer. Die alle, alle auf den GST gehen. Hast du, der scannt jetzt gerade. Showtime. Optimierung. Hat was. Mit Nord- So. Drauf da. Stealth-Panzer sind echt cool. Weiß nicht, früher haben die mir aber noch ein bisschen mehr gefallen, kann man sagen. Bei der richtige Lasershow immer. Wo ist das Tiberium? So, ich kriege mir weitere Upgrades. Aha. Das ist gut. Flammen-Panzer sind echt gut. Flammen-Panzer sind auch bereit. Wo fliegt eigentlich der GST die ganze Zeit herum? Die müssen wir auch noch mal zerstören. Die müssen wir auch noch mal zerstören. Da wird aber keine Ahnung. Ja, der ist im Gange. Hey. Lass den in Ruhe. Jawoll. Ah, und ich bin ein harter Typ, der da rumredet. Aber finde ich echt cool. Also manchmal, dass sie so reden, fand ich ja bei Generals ziemlich cool. Dass sie da auch miteinander geredet haben und so. So. Aber wir geben uns jetzt als den Cain ab, den wir aber jetzt... Ach, du da. Alles klar. Wala-la-la-boom, mach mir den mal Platz. So sieht's aus. Flammenpanzer. Komm mal um eine Aktion bitte. Brenn ihn nieder. Burning Afterflies. Apostel. Ich gehe jetzt nicht erreicht. Sehr schön. Da ist auch noch weiter Tiberium, aber wir kommen da nicht ran. Noch mehr Einheiten? Nee. Feindliche. Ey. Das ist mies. Das ist mies. Einfach so überraschen hier, oder was? Einfach so überraschen hier, oder was? Drauf da, Leute! Aus dem Schatten. Und tschüss. So, Crawler. Oh, da geht wieder was, um Auszustatten. Zack, zack, zack. Wow. Wir haben's gleich. Ja. Wir haben's gleich. Ja, wir haben's gleich. Natürlich haben wir's gleich. Und sollen wir das nicht gleich, äh, schaffen, ne? Wieso, weshalb, warum? Das werden wir schon schaffen. Das ist wohl keine Frage. Vier MPFs haben wir. So, jetzt mal abwarten wieder. Heilt der sich eigentlich auch? Ja, heilt der sich. Okay. Heilt sich selber. Reparieren braucht man auch gar nicht mehr. Oh, da kommen wieder feindliche Verstärkungen. Die kommen gerne aus dem Hinterhalt. Unser Crawler wird angegriffen. Los, drauf da! Die hätte ich gerne, ey. So, gleich fertig mit Scannen. Kann es hier kaum erwarten. Wir haben's geschafft. Die Position des Not-Commando-Crawlers ist nicht mehr. Ah ne, das ist ja. Gehen wir näher ran und hecken wir seine Subsysteme. Feindlicher Crawler geortet. Feindeinheiten gesicht. Na, wo steckst du denn? Da ist er. Ah! Der Feind. Neues Einsatzziel erhalten. Mach die Durchbruch. Mach die Durchbruch. Ich werde dich zertreten und deine... Was? Er heckt sich in den Crawler? Da! Ich bin ihr Richter. Da! Hä? Da! Stärke des Feindlichen Firewalls. Stärke des Feindlichen Firewalls. Komm her, du! Ich habe genau gesehen, dass du da Flammband saß. Bist du mit deinen Schlagack-Benzack? Sprechst du mit den Umgang? Ich werde dich vorbeidieren. Ich werde dich übermeidieren. Ich bin ein D-Zack-Benzack. Ich bin mein Blatt. Ich bin ein Z-Zack-Panzer. Stärke des Feindlichen. Ja, ich bin ein Z-Zack-Benzack. Für Vergebung ist kein Platz. Das sind so Konter-Einheiten. Raider, Raider, Raider. 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 Ich werde Sie überzeugen. Die Reise sind nicht ungestraft. Wow, ja. Okay, reicht das? Komm schon. Ei, 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 ei. Bisschen schneller mit der Position, bitte. Eine Einheit wird angegriffen. Komm schon Alle auf den Crawler Alle da drauf Komm schon Wir abholen Tja und tschüss So Kann ich den Crawler jetzt Da Volle Kraft Seht ihr was Zeiteinheiten gesichtet Jetzt nur kein Fehler Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal